Was? 3,25% Zinsen für mich als Comdirect-Kunde? Der Haken daran ist, nur für Neukunden. Ich als Bestandskunde muss mich mit den bestehenden 0,75% zufriedengeben und warum diese 3,25% also gar nicht mal so gut sind, wenn du ein Konto bei Comdirect hast. Vielleicht gibt es da eine bessere Alternative und du solltest einen Wechsel in Erwägung ziehen. Ja, ich staunte nicht schlecht, als ich heute auf mein Comdirect-Konto gekommen bin und mir dieses Angebot entgegenschlug mit 3,25% Zinsen auf das Tagesgeld. Da habe ich aktuell gar kein Geld drauf, weil sich das ja nie so wirklich rentiert hat mit den Zinsen in letzter Zeit, aber immer mehr und 3,25% würde ich doch mitnehmen für das Geld, das ich sonst einfach auf dem Girokonto rumliegen habe. Also dachte ich mir, ja, transferiere ich das Geld doch einfach rüber. Man kann das sogar in Echtzeit machen, bis zu 2.000 Euro. Ich habe dann also schrittweise das rüber transferiert, nur um festzustellen, dass der Zinssatz für Bestandskunden bei Comdirect ja nur 0,75% ist. Besser als nichts, klar, aber auch nicht diese 3,25%, die mich da interessiert hätten. Also habe ich mich mal informiert, was denn die Konkurrenz so anbietet. Und siehe da, es gibt sogar bessere Angebote, wie zum Beispiel bei Scalable Capital. Bekommen Neukunden insgesamt 3,5%, das ist schon mal besser, wenn man auf der Suche nach einem neuen Konto ist. Dann kann man das machen. Und außerdem ist das Handeln bei Scalable Capital für Aktien und ETFs und alles Mögliche wesentlich günstiger als bei Comdirect. Deswegen habe ich leider bei Scalable Capital da auch schon ein Konto. Das Gute an Scalable ist aber, muss man sagen, dass diese 2,3% Zinsen auch für bestehende Kunden gelten. Also, die lassen ihre bestehenden Kunden jetzt auch von diesen steigenden Zinsen profitieren und wesentlich mehr als Comdirect. Denn 2,3% auf 100.000 Euro sind 2.300 Euro, während 0,75 ja nur 750 Euro Zinsen im Jahr wären, wenn man das Geld einfach auf dem Tagesgeld parkt. Und das ist dann schon ein Unterschied, der über ein 3- oder 4-Sterne-Hotel im Urlaub vielleicht entscheidet. Also, wenn du noch kein Konto hast, dann habe ich dir die Links zu Scalable Capital mal unten in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten, wenn du da ein Konto hast, dann lohnt es sich vielleicht, das Tagesgeldkonto dort zu nutzen. Denn diese 2,3% für Bestandskunden ist jetzt auch spontan das Beste, was ich gefunden habe, wenn man schon irgendwo ein Konto hat.